Ich unterstütze Bastian Reinhardt und wünsche mir, dass er der neue Bürgermeister hier in Springe wird. Er ist tief verwurzelt in dieser Stadt, er kennt die Menschen, er kennt aber auch die Nöte. Wir brauchen viel, viel mehr Investitionen in Schulen, in Kitas und wir brauchen eine leistungsstarke Verwaltung. Da bringt Bastian Reinhardt alles mit. Ich kenne ihn seit vielen Jahren und habe volles Vertrauen zu ihm. Insofern drücke ich ihm ganz fest die Daumen.